Ein Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Van ist 5-türig, bietet Platz für 6 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 43.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis